Dann kann ich sogar gleich schon noch ein Peon bauen oder noch ein paar Peons bauen. So kommt schon. Zwei Stück muss ich noch bauen und dann habe ich das Arbeiter-Maximum quasi an der Mine erreicht. Wenn der Bau jetzt endlich mal fertig wird. Ja, wird er gleich. Und ich sollte mir das vielleicht merken, dass jedes Mal, wenn die Erde so erschüttert wird, dann eben die Höllenpist hinterkommen. So, als nächstes Baustand das Hauptgebäude hier in der Jaina ihre Basis auf. Und dann sollte ich das Ding eigentlich sicher haben. Die wird alles abwehren, was da kommt. Da brauche ich allerdings noch ein paar Goldstückchen. 200, okay. Das ist ein bisschen mehr wie ein paar. Aber das macht ja nichts. Das geht schnell. Zwar nicht, wenn man drauf wartet, aber sonst geht es eigentlich schnell. Dann baue ich mir einfach hier was Neues auf. Was soll's? Okay, jetzt kommen schon die nächsten Höllenpistchen. Schnell weg, schnell weg. Die Plaster da, die kippen. Die kippen doch wohl jetzt nicht mal um. Jetzt habe ich keine Trollkopfjäger mehr. Die sind alle gestorben eben. Also der ganze Kram wird wohl ziemlich hart hier. Ist gar nicht so einfach. So, und jetzt baue ich das Hauptgebäude. Komm schon. Haupthaus errichten. Aber gern. Ich kann hier nicht bauen. Ich kann hier nicht bauen. Jetzt muss ich verarschen. Alles klar. So, jetzt kannst du hier bauen. Ja, dann können wir da noch ein bisschen Gold herholen. Ich warte jetzt aber, bis das fertig ist. Wirklich. Ja, weil das sonst einfach scheiße ist. Ich baue noch ein paar Arbeiter. Die können weil irgendwas zusammenfremeln. In der Jaina-IA-Basis. Irgendwie da, was ich alles brauche. Kaserne und Holzfäller. Gedöns. Bereit zur Arbeit. So, du baust mal. Hier, Kriegsbergstoff. So, der nächste ist auch schon gleich. Und da kommt wieder Inferno-Bestien. Höllen-Bestien. Die Erde hat zumindest gebet. Und das baue ich hier. Hier in der Kaserne hin. Mit dir. Jetzt muss ich eigentlich schon noch mehr Ortbau bauen. Das machst du. Nee, du baust hier. Okay, mehr Gold. Du baust hier den Altar der Stürmer. Und dann läuft das Ganze. Jetzt läuft Jana da durch. Ich kann hier nicht bauen. Ja, klar. Komm schon. Kaserne hin. Arbeit, Arbeit. Ich bin der Kriegshäuptling. Das ist doof, dass ich Jana nicht steuern kann. Normalerweise müsste ich das auch können. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich der Beschwörungskreis ist, wo ich den Ding überhaupt hinbringen soll. Oh, mein letzter Peon ist fertig geworden. Hauptgebäude steht auch gleich, dann ziehe ich einfach weiter, dann ziehe ich einfach weiter. Dann ist mir der Rest scheißegal. Was brauche ich denn noch? Geisterhaus. Dafür die Caster-Truppe. Oh, da ist noch so ein Inferno-Hüllen-Bestie. Ja, keine Chance, keine Chance. Oh, ich werde auch angriffen. Ich bin der Kriegshäuptlinge aufgeschlossen. So, super. Ja? Ihr Peons. Sie können keine Mine benutzen. Willst du mich verorschen? Arbeit abgeschlossen. Nur weil die Caster-Chain-Arcue. Die Geister sind ruhelos. Okay, dann habe ich natürlich jetzt noch einen Riesennachteil. Muss was getan werden? Dann habe ich noch einen Riesennachteil, ja. Hm? Bauen wir mal noch so einen Taurentotum. Da, mitten rein. Das wird sich nicht stören. Und ich erforsche... Oh ja, plündern. Das mache ich noch hier unten. Dann geht es weiter, dann ziehe ich weiter. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich viele Einheiten mehr übrig habe. Von dem, was ich mal hatte. Noch ein paar Trollkopfjäger. Bis dahin sind die fertig. Ähm... Wir brauchen mehr Gold. Ne, Upgrades erforsche ich jetzt nicht. Da geht zu viel Kohle weg. Wenn ich nicht viele Einheiten habe, sind die Upgrades auch... Naja, super optimal. Muss was getan werden? Arbeit abgeschlossen. Da kommt wieder Inferno bis zu. Die Stadt wird angegriffen. Die ist ja oben. Wohin soll ich gehen? Okay, die können jetzt wieder die Gruppe 1 mit rein. Ich habe sowieso nicht so viele Einheiten gehabt, dass jetzt die Gruppe voll wird. Was ihr wolle. Und... Was brauche ich noch? Schamanen habe ich eigentlich genug. Ich brauche eher mehr Schaden. Ja, die Jaina nimmt ihrerseits schon die kleinen Diener da auseinander. Das freut mich auch. Die Geister sind ruhelos. Okay, auf den einen Trollkopfjäger warten wir noch. Dann legen wir los. Arbeit abgeschlossen. Oh, da können wir noch Tauern bauen. Bauen wir noch zwei. Was? So, jetzt sammeln wir uns. Und dann scheiße ich auf mein Hauptgebäude da unten und... Ja. Mach einfach... Den Krom platt, würde ich sagen. Ein P und baue ich noch zum Reparieren. Also scheiß doch nicht ganz drauf. Wenn es sogar noch klappt, dann werde ich das Ding voll klatschen mit Verteidigungstürm. Verteidigungstürm, natürlich. Aber es wird ewig dauern. Das wird ewig dauern. Das wird ewig dauern. So. Ich bin der Kriegshäuptling. Es kommt. Ja, du bist der Kriegshäuptling. Ist ja gut. Okay, da haben wir wieder so ein Höllenbestie. Zum Glück ist er hier gespawnt. Ich kann helfen. Ein Taurer noch mit dazu. Sehr schön. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Logreganogal. Logreganogal. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Ja, die werden jetzt angegriffen. Das ist mir jetzt aber auch egal. So freundlich sind wir dann doch nicht zu den Menschen. Oh, ich werde auch angegriffen. Ja, super. Dann baust du mal hier was. Du läufst mal hier weg und baust was Schönes. Alles klar. Wo ist was getan werden? Ja, du, ne? So. Da haben wir einen Kettelklick drauf. Dann sind sie schon fast alle tot. Ah, die nervischen Höllenbestien. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Kohle mehr. Da kommt schon. Mach irgendwas. Ich bin der Kriegshäuptling. Da oben die Tür, wir müssten gleich fertig sein. Hoffentlich packen die es auf den Kleinen zur Haustung, die Höllenbestien. Dann verliere ich schon meine Einheiten, ne? Aber da kommen schon die nächsten. Was rede ich denn da überhaupt? Oder was probiere ich denn da überhaupt irgendwas zu retten? Das kann ich. Alles klar. Unsere Arbeit hat das Wasser. Das kann ich. So, repariertes Teil. Also weiter. Dann pflanzen wir mal das Ding hin. Das Totem. Mach das schnell platt. Das wird doch eng wie den Türm. So, ein paar mehr Peons. Du darfst auch mal Holz holen. Gold holen. So, und weiter. Richtung Krom. Das ist natürlich scheiße. Und die Caster müssen wieder ein bisschen zurück. Holen wir mal noch die Geisterwölfe ran. Kommt, haut alles um. Haut's halt kurz und klein. Erstmal den Turm noch. Dann ist die Beute. Da kommt nichts mehr raus dann. Get Gummi, get... Ja, Gummi. So, ja. Wie sieht's da aus? Der hat den repariert. Sehr schön. Wir brauchen mehr Gold. Dann repariere erstmal das Hauptgebäude. Dann stellen wir hier noch ein Heidtodem auf. Da haben's ja. Wir haben's ja. Also weiter. Die Geister sind unbezüglich. So. Ja, bis das Hauptgebäude fällt, da dauert es eine Ewigkeit. Aber ich hab noch genug. Ich hab Geisterwölfe. Die Tauren halten ewig. Und von daher wird es reichen. Auch wenn man jetzt ein bisschen was noch stirbt. So, Hauptgebäude ist klein. Kommt schon, jetzt haut mal die Türme runter. Neue Kampfrausch. Action. Ich bin der Kriegshaute. Da muss ich mir den Caster ein bisschen... ein bisschen zurückgehen. Also weiter. Na, die Geisterwölfe kommen. Und wenn ich die weg hab, dann muss ich erstmal da pausieren. Oh nein, die Tauren ist mal unbegibt. Ich bin der Kriegshaute. Aber das macht jetzt nix. Okay, ich hab noch genug. Was ihr wolle. Okay, dann baue ich auch erstmal hier unten die Türme, dass ich ein bisschen Kohle sicher hab. Und ich glaub, die kriegen auch jetzt Schaden beim Draufhauen. Ja, die kriegen Schaden beim Draufhauen. Deswegen mach ich das auch nicht alles kaputt hier. Wie kann ich helfen? So. Sehr schön. Heiltotum kann ich wieder aufstellen. Und dann haben wir die Mission schon eigentlich so gut wie erledigt. Wenn ich mal optimistisch bin. Auch wenn ich nur nicht wirklich weiß, ob's da jetzt wirklich hochgeht zum Krom. Aber müsst ihr eigentlich. Müsst es eigentlich hochgehen. Und ich baue mir noch ein paar Medizinmänner. Zwo Stück, genau. Dass ich die Totums dann hab. Falls es irgendwie nicht so klappt, wie ich mir das wünsch. Und mich vielleicht nochmal ein Stück zurückziehen muss oder sowas. Ja, also weiter. Und ich geh auch also weiter. Nette Caster. Nette auf die Caster. Schnell weg. Da macht lieber... Tauren-Scheiß. Halbe Hitpoints runter. Okay. Jetzt muss ich doch nochmal kurz pausieren. Jetzt haben sie doch wieder so wenig Licht. Bauen wir da noch einen Turm hin? Ne, wir bauen einfach so einen... ...Pulk. Voll mit Türmen. Oh, da steht noch ein Tauren. Und da haben wir noch zwei von den Medizinmännern. Arbeit abgeschlossen. Die Geister sind ruhelos. Okay, dann wird das Ganze noch ein bisschen leichter. Oh, das... Ohne jetzt so lange sich zieht, hätte ich auch nicht gedacht. Es ist halt das mit den Höllenpästen, dass die da immer da oben runterfallen. Von Gott weiß, woher. So, baut die Nachts-Rotirma. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Och, nee. Ja, genau, da müsst ihr mitten durchlaufen. Yay, ihr habt's erraten. Dann gehe ich ohne die los. Ist mir jetzt auch egal. Also, weiter. Das ist ne gute Wahl, Mann. Da hab ich zumindest mal das ausgekundschaftet. Die Geister sind ruhelos. Es bricht die Nacht herein. Und hier ist wirklich der dämonische Boden schon zu sehen. Das heißt, wir haben's gleich geschafft. Wir sind gleich beim Krom. Nochmal kurz zu der Basiswechsel hier. Klanzen wir noch ein paar Türpen hin. Dass, wenn was schief geht, wir sind noch irgendwie den Griffkirchen, die Gürtel. Und das sind wirklich, ich glaub, Aquar-Gegner. Ja, aber mit dem Kampfrausch. Ah, das ist abartig. Allein schon die Größe der Einheiten. Yay, Attacke. Fallt um. Und gleich sind wir da, Krom. Dann schiebst der Albtraum ruhelos. Unverzüglich. Und wir können hier mal eine Stasis-Falle aufbauen, dass die gestunt werden. Die anderen Einheiten. Waren sie eben gestunt? Keine Ahnung. Ach, da ist die Falle. Ja, okay. Da passiert aber nichts. Ah, eben. Die dauert ziemlich lange zum Auslesen wohl. Oh, neue Inferno-Höllenbestien kommt. Arbeit abgeschlossen. Also weiter. Ja, Kriegshäuptling? Krom, ihr müsst mit mir kommen. Und wohin bringt ihr mich, Junge? Das Schicksal erfüllt sich. Lord Manoroth ist jetzt unser Meister. Wer? Ihr faselt Unsinn. Ah, Sraal. Ihr habt stets geglaubt, dass die Dämonen unser Volk verdarben. Doch das stimmt nur halb. Auf Draenor lieferten wir uns freiwillig aus. Die anderen Kriegshäuptlinge und ich. Wir tranken Manoroths Blut, Sraal. Wir brachten diesen Fluch selbst über uns. Das habt ihr unserem Volk angetan? Wissentlich? Ah! Ja, was will er denn machen, der? Ich bin der Kriegshäuptlinge. Jetzt müssen wir, müssen wir bestimmt, ja, müssen wir den da einfangen. Hat auch funktioniert. Jetzt müssen wir nur schnell zurück zu Jaina dann. Also weiter. Für die Ere. Zu Jainas Ritualkreis bringen. Wo ist er, der Ritualkreis? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich bin noch am suchen. Und ich bin nicht eigentlich, ja, hoffe ich, dass es der Kreis ist, der bei der Jaina zu Füßen ist. Der da so rumkreist eben. Aber ich weiß es nicht. Ich springe einfach mal zu der Jaina. Wird schon schief gehen. Oh, die schlafen zum Glück. Ist noch dunkel. Ja, wenn die Tauchernetzer auf ihren leisen Sohlen davon getappt wären, da werden die wahrscheinlich auch aufgewacht. Schnell zu Jaina. Schnell, 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 schnell. Die Geister sind ruhelos. Arbeit abgeschlossen. Jetzt ist der letzte Wachtturm abgeschlossen. Genau richtig. Für die Ere. So, ja, und jetzt? Wo ist der, wo ist der Ritualkreis? Wo ist er? Da unten ist er doch. Ei, ei, ei. Menschenexpedition. Das könnte der sein. Das ist er wahrscheinlich auch. Ja, Hauptquist erledigt. Hell's Creed. Grom. Frall. Jetzt sehe ich klar. Es tut mir leid. So leid. Zum Teufel mit dem Gejammere. Jetzt müsst ihr mir helfen, unser Volk zu retten. Manoroth. Wir müssen uns Manoroth in der Schlucht stellen. Dann gehen wir. Nicht, dass der Stinkstiefel warten muss.